Wir sind Riki, Friede, Pini und wir nehmen euch mit in unsere Elternzeit. Wir sind Riki, Friede, 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 Friede. Wir sind Riki, Friede, Friede, Friede. Wir sind Riki, Friede, 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 Friede. Wir sind Riki, Friede, Friede, Friede. Wir sind Riki, Friede, Friede, Friede. Und noch ein Schaf. Jetzt Nachtisch oder was? Ja. Das war eine riesen Portion. Wer soll das essen? Du? Ja. Hast ihr verdient heute? Ja. Und ich gehe gleich ins Wasser, wenn ich gegessen habe. Vielleicht. Vielleicht, ne? Ins Wasser geht man mindestens eine halbe Stunde nicht. Bei der Portion sogar eine Stunde. Kann sie Füße reinhalten. Nein. Ich... Zehn Kilometer bis sie geradelt, oder? Ja. Ja. Na dann lass das... Ist ganz schön weit. Lass das mal schmecken. Guten Appetit. Piep piep. Danke. Danke. Ich glaube ich dir gerne. Ja Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Du musst drauflegen, drauflegen, mit dem Bauch richtig drauflegen, und die Beine. Und jetzt rumdrehen, rumdrehen zu mir und zu mir schwimmen. Richtiges Stück vor noch, ein bisschen hochrutschen noch, hochrutschen noch auf den Bodys. Ich denke, das ist für vier, fünf Kilo weniger. Ich denke, das ist für vier, fünf Kilo. Ich denke, das ist für vier, fünf Kilo. Wir sind jetzt wieder fertig und gerade aus dem Wasser geguckt. Also ich auf jeden Fall. Jetzt laufen wir wieder erstmal zum Wohnmobil. Okay, steht da hin. Ich denke, das ist für vier, fünf Kilo. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Bei was? Bei was? Ja. Der Tag hat komisch begonnen heute. Nass, Fahrräder ausgepackt, im Regen losgefahren, von unserem Stellplatz, hinter zur Brücke, zur Hängebrücke. Da hat es dann aufgerührt zu regnen. Ja, kurz vorher hat es aufgerührt und dann waren wir dort und bester Sonnenschein. Nachdem wir alle Drohnenvideos im Kasten hatten, kam die Sonne raus und dann haben wir alles nochmal gefilmt. Das heißt, wir waren dort zwei Stunden an dieser Brücke und haben, ja, ich glaube, mit den besten Bilder gemacht, die man so machen kann. Von so ziemlich allen. Die super iPhone 13 Kamera, die hat natürlich den Vogel abgeschossen, macht klasse Bilder. Und wir haben heute einen Schmetterling im Blick. Oh ja. Der ist mir die ganze Zeit gefreut. Ja, ich glaube, das haben die jetzt schon gesehen, weil die Videos von dem Schmetterling, die kamen schon vor diesem Video. Das ist schon die Zusammenfassung abends. Ja, dann sind wir mit dem Fahrrad wieder zurück. Insgesamt waren das 10 Kilometer, 75 Höhenmeter auf jeweilig, also auf jeder Strecke. Ohne E-Bike-Unterstützung. Ohne E-Bike-Unterstützung, aber das haben die wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich habe sie überlebt. Du hast sie überlebt, du hast schön gedämmelt, so wie sich das gehört für ein kleines Kind. Soll ich mich einfach dämmeln. Bin ich da ja. Dann sind wir zurückgekommen, haben dann nach dem Zurückkommen fix was gegessen. Das haben wir auch gesehen. Was hast du gegessen? Ich habe... Na, was gab es denn zum Essen vor uns? Okay, da mache ich... Ja, Tortellini mit Gemüse. Ja. So, und wir haben dann noch den Rest aufgegessen von gestern. Baguette, Käse, Oliven und das, was wir alles gekauft hatten. Und dann ist eigentlich das Beste des heutigen Tages passiert. Eine Freundin von uns hat uns eine Nachricht geschickt. Und die war... Jetzt kann die Mama das dem Kind erzählen. Die Mama weiß es eben schon. Dass heute die Post von der Schule kam. An welcher Schule du angenommen wurdest. Und rat mal, welche das ist. Aber nicht sagen. Sag sie der Mama. Und die Mama sagt, ob es richtig ist. Nein, nein. Nein, nein. Wenn da rein wurde. Ja. Was mit der Linda? Oh, na gut. Der Papa weiß es auch schon. Also, wir sind super erleichtert. Die Pinie wurde an der Wundschule Nummer 1 angenommen. Und wird sozusagen dann in diese Schule gehen. Und du verrätst nicht, welche das ist. Das müssen die hier drinnen alle nicht wissen, die das irgendwann mal hören. Weil sonst klauen die nicht. Genau. Wollen wir nicht, dass sie dich klauen oder dir auflungern. Dann bist du sowieso schon genügend im Netz dann. Aber ganz vermeiden kann man das eh nicht. Ja, das heißt, der Tag war komisch gestartet. Und auf der Skala von 1 bis 10 kriegt der Tag heute... 10 Punkte. 10 Punkte, genau. Das ist heute ein 10er Tag. Wir haben um die 30 Grad. Absoluten Sonnenschein. Traumhaften Sommer. Und wo soll jetzt dieser Spielplatz hin sein? Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob hier noch einer kommt. Und jetzt suchen wir noch einen Spielplatz. Aber selbst ohne diesen Spielplatz gibt es 10 Punkte. Zumindest von uns. Die Binde gibt dann vielleicht nur 9 oder 8. Aber für uns gibt es 10. Einen. Einen, ja genau. Und surfen. Genau. Ach, und surfen war es ja auch heute noch. Aber das habt ihr ja auch schon gesehen. Ja, wenn wir dann hier noch ein bisschen marschiert sind. Wir gucken mal, dass wir noch ein paar Schritte wegbekommen. Zusätzlich zu unseren 10 Kilometer Radeln. Was eigentlich nichts ist. Mit dem Kind spürt man es natürlich trotzdem ein bisschen. Und ich bin heute hingefallen. Ah ja, mit dem Fahrrad bist du hingefallen. Und was war danach? Drama Babyzahn. Ja, Drama, ne? Krokodilstränen ohne Krokodilstränen. Alle, die Eltern sind, wissen, was damit gemeint ist. Alle anderen. Viel Spaß, wenn ihr irgendwann mal Kinder habt. Dann könnt ihr euch dieses Schauspiel mal angucken. Und antun. Wenn wegen nichts die Hölle einbricht. Also, nichts passiert. Aber das geht bestimmt. Genau. Und wie es schon sagt, aber ihr könnt über das Kind bestimmen. Dauert dann halt nur eine halbe Stunde, bis das wieder bestimmungsfähig ist. In diesem Sinne laufen wir jetzt noch ein Stück durch die Felder am Wasser lang. Und verabschieden uns damit. Und hier ist leider ein Vogel gestorben. Den filmen wir aber nicht. Das machen wir nicht. Keine toten Tiere. Schade für den Vogel. Also, macht es mal gut. Habt ihr noch was zu sagen? Nein. Bis morgen. Ach so, was haben wir morgen vor? Das habe ich vergessen noch zu sagen. Wir werden morgen weitermachen. Also packen zusammen. Es ist schon alles zusammengepackt. Und werden morgen in die Richtung Verdanschlucht machen. Und wollen die Verdanschlucht fahren. Mal sehen, welchen Weg wir nehmen. Ob wir den kurzen oder den langen Weg nehmen. Und dann melden wir uns dann von dort. Also, gute Nacht. 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 Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Reise weitergeht. und abonniert unseren Kanal.